Für alle, die das Ziel haben, mehr Geld zu verdienen, mehr Freiheit zu bekommen und sich ein eigenes Online-Business aufzubauen, könnte dieses Video das wichtigste Video ihres Lebens werden. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr stark übertrieben, ist es tatsächlich nicht. Nach diesem Video wirst du genau wissen, warum. Und zwar, es geht heute um die größte Aktion des Jahres. Und wenn ich das sage, meine ich das Ganze nicht übertrieben. Das ist wirklich die größte und beste Aktion des Jahres im Bereich Online-Geld verdienen, Online-Business aufbauen. Schau dir das Video auf jeden Fall jetzt bis zum Ende an, weil das Ganze ist nur für eine sehr kurze Zeit verfügbar. Das heißt, wenn du zu spät dran sein solltest, könnte es sein, dass du nicht mehr teilnehmen kannst. Deswegen sei jetzt gespannt und jetzt geht es direkt schon los. Und zwar, was ist der wichtigste Faktor im Bereich Online-Geld verdienen? Und zwar ist es die Zeit. Warum die Zeit? Weil Zeit bekommt man niemals zurück. Jetzt ist eine Sekunde vergangen, wieder eine Sekunde und diese Zeit ist für immer weg. Das heißt, das Wichtigste, was wir auch sowieso alle haben, nicht nur im Online-Business, ist natürlich die Zeit. Weil Zeit können wir niemals zurückgewinnen. Und gerade im Online-Business ist es natürlich so, wenn man jetzt Anfänger ist, dann verschwendet man in der Regel am Anfang sehr, sehr viel Zeit, weil man extrem viele Fehler macht, unnötige Sachen macht, die zu viel Zeit fressen. Auch Arbeiten erledigt, die gar nicht sinnvoll sind. Das heißt, man sitzt zum Beispiel stundenlang an einer bestimmten Sache, die am Ende gar kein Geld einbringt. Das heißt, der wichtigste Faktor ist die Zeit. Und wie können wir uns Zeit sparen und schneller ans Ziel kommen? Durch natürlich einen Online-Kurs. Also jetzt werden einige sagen, ja, okay, Online-Kurs ist mir klar, habe ich schon tausendmal gesehen, bringt mir eh nichts etc. Doch, jetzt in diesem Video gibt es mal eine Lösung dafür. Und beim ganzen Thema Online-Kurse kann ich mal eine Story, beziehungsweise ist keine Story, weil es natürlich keine Geschichte ist, sondern die Realität kann ich eben von mir erzählen. Und zwar, ich habe selbst persönlich schon über 10.000 Euro tatsächlich in Online-Kurse, Coachings etc. gesteckt. Und es hat sich für mich massiv gelohnt. Warum? Weil ich eben durch das Wissen von anderen, die schon sehr viele Fehler gemacht haben, habe ich eben es geschafft, diese Fehler von anderen zu vermeiden. Das heißt, durch einen Online-Kurs erlernt man sofort, wie das Ganze richtig funktioniert. Und erfährt auch wirklich aus erster Hand direkt die Fehler, die man dann vermeiden sollte. Das heißt, durch Online-Kurse muss man die Fehler, die andere gemacht haben, nicht selbst machen und spart sich somit Zeit. Das heißt, man hat sofort eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung. Doch es gibt natürlich einen Haken bei der ganzen Sache. Und zwar, es gibt natürlich hunderte tausend Online-Kurse im Bereich Online-Geld verdienen, die einem versprechen, jetzt das nächste große Ding zu sein. Und man weiß natürlich, das kann ich auch verstehen, war bei mir früher nicht anders. Man weiß nie, was ist jetzt der richtige Kurs und welcher Kurs ist nur wieder mal Zeitverschwendung. Und deswegen gibt es da jetzt eine extrem coole Aktion. Und bei der Aktion bin ich wirklich auch selbst mit dabei. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und zwar geht es heute um das Freiheitspaket. Baue dir noch heute eine Online-Selbstständigkeit auf, die dir ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Den Link zu dieser Seite findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, worum geht es hier überhaupt. Hier geht es eben, wie der Name schon sagt, darum, sich ein eigenes Online-Business und seine eigene Freiheit aufzubauen. Wir schauen uns das Ganze einmal an. Stell dir vor, du könntest dein Einkommen bequem über deinen Laptop von überall aus verdienen, sodass du deine Arbeitszeit und deinen Arbeitsort selbst bestimmst. Wie sieht es denn bei den meisten Leuten aus? Die meisten Leute sind eben nicht frei, können sich eben die Arbeitszeit und den Arbeitsort nicht frei einteilen. Zum Beispiel müssen die jeden Morgen, zum Beispiel Montagmorgen um 7.30 Uhr irgendwo im Büro sein, irgendwo in der Fabrik sein, irgendwo auf der Baustelle sein und können nicht ausschlafen, können nicht von zu Hause aus arbeiten, sondern müssen irgendwo im Prinzip einen Job machen, auf den sie eigentlich gar keine Lust haben und der auch noch in der Regel schlechter bezahlt wird als ein Online-Business. Ich kann ja kurz aktuell meine Lage schildern. Also ich bin aktuell tatsächlich durch mein Online-Business in der glücklichen Lage, dass ich zum Beispiel jeden Tag ausschlafen kann, auch montags, auch dienstags, auch in der Woche. Ich schlafe tatsächlich, das sage ich jetzt auch hier mal so ganz frei, teilweise schlafe ich in der Woche, auch Montag, einfach bis 12 Uhr oder bis 1 Uhr, weil ich es eben kann. Und weil ich eben keinen Chef habe, der mir sagt, ja, du musst morgens um 7 Uhr im Büro sein, ich kann auch abends noch arbeiten, wenn ich will und ich kann auch irgendwo im Urlaub vom Pool aus, vom Meer aus mit dem Handy einfach arbeiten oder mit dem Laptop irgendwo im Restaurant oder wo auch immer und kann das mir eben selbst einteilen. Das ist eben nur möglich, wenn man sich ein eigenes Online-Business aufbaut. Das Ganze gilt natürlich auch für die sogenannte Quality Time. Das heißt, man kennt es natürlich, wenn man jetzt irgendwo einen Termin hat, zum Beispiel irgendwie die Freunde wollen mit einem Urlaub oder die Tochter oder die Familie, was auch immer, hat irgendeinen wichtigen Termin, auch teilweise unter der Woche. Da muss man, wenn man irgendwo angestellt ist, erstmal wochenlang vorher den Urlaub eintragen. Da muss man hoffen, ja, wird der Urlaub genehmigt. Und bei mir ist es so, wenn ich keine Lust habe, was zu machen, mache ich den Laptop aus, mache ich das Handy aus, lege es weg, die Einnahmen kommen trotzdem passiv rein und ja, ich kann dann mir selbst einteilen. Ich kann auch jetzt sagen, ja, ich mache jetzt drei Wochen mal gar nichts, fahre irgendwo in Urlaub und dann ist Ruhe. Und das habt ihr eben nur, wenn ihr ein eigenes Online-Business habt, wenn ihr selbstständig seid und ja, das geht eben nur dadurch. Also ich werde, ich habe bisher noch zumindest keinen gesehen, der irgendwo angestellt ist, der auch dann jederzeit sagen kann, ja, ich gehe jetzt, ich mache jetzt früher Feierabend, ich komme heute gar nicht und so weiter und so fort. Das geht eben nur, wenn man wirklich selbstständig ist und sein eigener Chef ist. Zum Beispiel jetzt, gerade vor ein paar Tagen, ist mir das Ganze wieder bewusst geworden. Wir hatten eine Familienfeier, ich habe eigentlich den ganzen Tag nichts gemacht. Wir saßen zusammen, haben natürlich Kuchen gegessen, haben geredet, haben gequatscht und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages gucke ich auf mein Handy und habe gesehen, ich habe wieder mehrere hundert Euro verdient. Das Ganze eben passiv. Das heißt, durch ein Online-Business habt ihr passive Einnahmen, die auch reinkommen, wenn ihr nichts macht. Da gibt es dann natürlich das Problem, viele wissen nicht, welche Methoden man verwenden muss, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und in diesem Paket bekommt ihr eben die genauen Methoden, also 50 Methoden mit Schritt für Schritt Anleitung genau an die Hand und alle Werkzeuge, auch die rechtlichen Themen und so weiter und so fort. Ihr bekommt alles an die Hand. In diesem Video, jetzt habe ich auch genug geredet, gibt es eben die komplette Lösung und zwar das Freiheitspaket. Ich hatte ja gesagt, dass man am besten sich einen Online-Kurs zulegen sollte. In diesem Video gibt es, beziehungsweise in diesem Paket gibt es nicht ein, nicht zwei, sondern 50 Online-Kurse. Ihr habt richtig gehört, 50 Online-Kurse zum Preis von einem einzigen. Das heißt, hier bekommt ihr einmalig 50 Online-Kurse auf einen Schlag direkt zum Preis von einem und ihr bekommt sogar 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt euch rein theoretisch hier einfach eintragen, könnt dann die ganzen Online-Kurse bekommen, euch alle angucken, obwohl das in zwei Wochen ein bisschen schwierig wird und dann könnt ihr einfach das Geld zurückbekommen. Oder ihr könnt halt teilweise hier auch schon für einen Euro komplett günstig, also für gerade mal einen Euro starten und euch das Ganze dann angucken. Was haben wir hier für Online-Kurse mit dabei? Wir haben hier wirklich sehr bekannte Leute mit dabei, zum Beispiel Dirk Kreuter werden einige von euch kennen. Wir haben hier Calvin Hollywood dabei oder auch sehr viele andere Personen. Ich bin natürlich hier auch mit vertreten. Wir haben hier ganz viele verschiedene Bereiche, zum Beispiel hier im Bereich Skills und Strategie haben wir Online-Kurse zum Beispiel von Dirk Kreuter im Bereich Affiliate Marketing. Alleine dieser einzelne Kurs kostet normalerweise bei Dirk Kreuter auf der Seite 499 Euro. Also der komplette Kurs hier kostet alleine 499 Euro und in diesem Paket habt ihr diesen Kurs mit drin und noch 49 andere Kurse und das gerade einmal für 200 Euro. Ihr habt hier Kurse im Bereich Instagram mit dabei, im Bereich, wie man selbst Online-Kurse erstellt, im Bereich Werbetexter, dann natürlich noch 10 Kurse im Bereich Produkterstellung und Kündengewinnung. Hier ohne Ende Kurse im Bereich Mindset und Persönlichkeiten. Hier zum Beispiel ein Kurs, der sonst über beziehungsweise 999 Euro kostet. Hier das 1-Million-Euro-Mindset von Ernst Neumeister ist hier auch mit drin und eben noch sehr, sehr viele andere Kurse. Im Bereich Social Media bin ich natürlich hier auch mit am Start. Hier zum Beispiel mein Online-Kurs TikTok Profit Formel 2.0 ist hier auch mit enthalten. Und im Bereich Finanzen und Rechtliches haben wir auch noch sehr, sehr viele Kurse. Zum Beispiel hier von meinem YouTube-Kollegen Talabox. Talabox Invest Smart ist ja auch ein großer YouTube-Kanal. Von ihm ist der Kurs hier auch mit drin, den er sonst für 89 Euro verkauft und eben wirklich ohne Ende Online-Kurse. Das sind alles hier einzelne Online-Kurse, die sonst hier 369, 299 Euro kosten und so weiter und so fort. Und alles wirklich in einem einzigen Produkt hier. Wirklich ohne Ende Online-Kurse. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das genau in der Praxis aussieht. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Wenn man sich einloggt, sieht das Ganze dann so aus. Hier bekommt man dann die Start-Lektion. Da wird einem auch nochmal genau gezeigt, welchen Kurs man vielleicht als erstes schauen sollte. Ja, mit welchem Kurs soll ich starten. Und ja, dann sieht man hier die ganzen Kurse. Und ja, hier sind wirklich extrem viele Kurse dabei im Bereich Affiliate Marketing. Haben wir hier einen Kurs, wie gesagt, hier zum Beispiel von Dirk Kreuter. Ja, auch ein bekannter, eine bekannte Person. Und auch hier wirklich jeder einzelne Kurs hat hier mehrere Stunden Inhalt. Hier wieder alleine ein Kapitel, eine Stunde und so weiter und so fort. Hier wirklich extrem viele Kurse. Auch hier im Bereich Instagram. Das sind alles einzelne Kurse hier. Also über 50 Online-Kurse. Und jetzt gehen wir natürlich mal zu mir. Das heißt, hier mein Online-Kurs im Bereich TikTok ist natürlich auch hier am Start. Hier bin ich natürlich nochmal. Ja, hier sehen wir meine ganzen Kurse. Beziehungsweise jeder, der hier sowieso mal meinen Kurs holen wollte, ihr könnt euch das Ganze hier einfach mit dem Komplettpaket holen. Hier gibt es, wie gesagt, über 50 Online-Kurse. Das ist wirklich der Hammer. Und wie gesagt, wenn man hier sich das Ganze durchschauen möchte, dann kann man das Ganze erstmal komplett kostenlos machen. Man kann sogar auch mit nur einem Euro erstmal starten. Also hier haben wir wirklich alle möglichen Online-Kurse mit in einem, zum Beispiel hier Finanzenrecht, Technikwerbung, Google Ads, Facebook Ads, sogar auch solche Sachen wie rechtliche Sachen, zum Beispiel hier rechtlich richtig abgesichert, ohne Ende Online-Kurse und alle eben komplett hier in einem Paket. Was auch eine sehr coole Aktion ist hier von dem Team, von dem Freiheitspaket ist, dass hiermit tatsächlich auch soziale Projekte gefördert werden. Das heißt, ein Teil der Einnahmen hier, die durch das Kurspaket generiert werden, werden dazu genutzt, hier eben soziale Projekte zu fördern. Zum Beispiel wurden hier zuletzt 29.000 Mahlzeiten nach Uganda gespendet, beziehungsweise es wurde auch hier eine Musikschule in Uganda, also in Afrika, finanziert. Das heißt, man fördert hiermit tatsächlich auch soziale Projekte. Wie kann man jetzt hiermit starten? Dazu geht ihr einfach auf den Link in der Beschreibung, kommt ihr natürlich direkt auf diese Seite, dann klickt ihr einfach hier. Ja, ich will ein selbstbestimmtes Leben führen. Ihr könnt hier klicken oder einfach nach unten gehen, weil wenn ihr hier klickt, kommt ihr sowieso nach unten hier zu dieser Seite. Und hier gibt es jetzt zwei Optionen. Und ganz wichtig erstmal, hier gibt es natürlich 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas kauft, habt ihr 14 Tage Zeit, das Ganze auch zurückzugeben, dann habt ihr gar keine Ausgaben. Und apropos Ausgaben, das Ganze sind im Prinzip Investitionen in eure Zukunft. Und was natürlich auch ein Faktor ist, da das hier persönliche, beziehungsweise Weiterbildungskurse sind, könnt ihr das Ganze natürlich auch noch von der Steuer absetzen. Auch natürlich interessant für alle, gerade zum Ende des Jahres. Ja, und hier gibt es jetzt eben zwei Optionen. Dann entweder man startet direkt oder kann das Ganze sogar auf Raten machen. Das heißt, man kann hier zum Beispiel direkt erstmal für 1 Euro starten. Man muss jetzt nur 1 Euro zahlen, bekommt direkt alle 50 Kurse zugeschaltet, kann sich alle 50 Kurse angucken und kann dann eben das Ganze entspannt entweder in 3 oder in 6 Raten abbezahlen und hat sogar noch zwei Wochen Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, man hat dann hier gar kein Risiko, selbst wenn man das Ganze hier zum Beispiel direkt für 199, nicht mal 200 Euro zahlen möchte, kann man das Ganze dann auch hier machen und hat auch trotzdem die 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, man kann hier sich alle Kurse angucken und wenn man zum Beispiel am 13. oder 14. Tag sagt, okay, ich möchte es doch nicht weitermachen, dann bekommt ihr einfach das Geld zurück. Aber habt ihr euch im Idealfall schon vorher fast alle Kurse angeguckt. Das heißt, das ist auch eine Option, aber ich denke mal, die meisten, die hiermit starten, die werden das Ganze auch länger machen, weil es auf jeden Fall das beste Angebot, wie gesagt, des Jahres ist. Und ja, dann schreibt mal gerne in die Kommentare, welcher Kurs euch hier am meisten interessiert und in welchem Bereich ihr Online-Geld verdienen wollt. Weil ich sage mal so, es ist jetzt natürlich Weihnachten, viele haben jetzt frei. Zwischen Weihnachten und Silvester könnt ihr natürlich jetzt zum Beispiel mal die Zeit nutzen und hier ein paar Online-Kurse durcharbeiten und dann 2022 selbst auch mit eurer Selbstständigkeit, mit eurem Online-Business durchstarten und auch endlich mal an die Freiheit kommen. Das heißt, auch mal ein eigenes Business zu haben, passive Einnahmen zu erzielen und mal aus diesem sogenannten Hamsterrad mal zu entweichen, dass man nicht eben abhängig ist vom Job, abhängig ist vom Chef, der Chef einen die ganze Zeit oder die Chefin einen die ganze Zeit rumkommandieren kann, dass man das eben alles nicht mehr hat, dass man auch mal sagen kann, okay, morgen habe ich keinen Bock, früh aufzustehen, dann auch mal in der Woche auszuschlafen und so weiter und so fort. Solche Sachen sind eben mit einem Online-Business sehr gut möglich. Und ihr habt jetzt eben die zwei Optionen. Ihr könnt jetzt entweder das Ganze einfach mal testen ohne Risiko, weil ihr habt die 50 Kurse, habt zwei Wochen Geld-Zurück-Garantie, wenn es nicht klappt oder es euch nicht gefallen sollte, wovon ich mal nicht ausgehe. Dann könnt ihr es immer noch zurückgeben oder ihr könnt einfach sagen, okay, nee, das Ganze ist nicht für mich. Und dann könnt ihr natürlich, wenn ihr so zufrieden seid, euren Job, euren Alltag weitermachen. Aber ich kann sagen, ich sehe sehr viele, die sind nicht zufrieden. Und viele kommen auch zu mir und sagen, ja, wie machst du das mit deinem Online-Business? Und wenn ihr diese Chance jetzt hier habt, dann solltet ihr sie auch nutzen. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze jetzt holen, durchstarten und auch frei werden. Oder ihr könnt natürlich so weitermachen wie bisher. Aber ich bezweifle mal sehr stark, ob ich das Ganze wirklich, wenn ihr jetzt zum Beispiel den klassischen Weg weitergehen wollt, wie es 99% der anderen Leute machen, dass ihr dann zum Beispiel jeden Morgen aufstehen müsst, früh und wenig Geld verdient und gerade so über die Runden kommt, dann könnt ihr es so machen. Ist nicht mein Problem, wie gesagt. Aber wenn ihr jetzt mal die Chance nutzen wollt, in die Freiheit kommen wollt, könnt ihr das natürlich hier machen. Ihr habt die Chance jetzt hier dazu. So eine einmalige Chance wird sie jetzt erstmal so schnell nicht wiedergeben. Und ja, dann seid dabei. Link dazu in der Beschreibung. und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich weiß, es ist sehr offensiv, wie ich das Ganze hier betone. Ja, die beste Chance. Aber es ist halt eben so. Soll ich hier lügen? Nein. Dann hoffe ich natürlich, dass euch das Ganze gefallen hat. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch für diese fette, fette, coole Aktion. Und seid auf jeden Fall dabei. Lasst euch das Ganze nicht entgehen. Wie gesagt, das Ganze geht jetzt noch ungefähr sieben Tage, beziehungsweise morgen kommt das Video raus, also nur noch sechs Tage bei euch. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.